Hey Leute, heute möchte ich einfach mal an Martin danken von dem Kanal TUS09, dafür dass er meinen YouTube-Kanal tatkräftig unterstützen tut. Wir beide kennen uns zwar nicht persönlich, schreiben aber viel mit ihm, das Vertrauen, was ich einfach in ihn jetzt schon langsam, in der Zeit, wo wir uns kennen, gesetzt haben. Ähm, ja, ich habe ja schon einige Messer von mir ihm zugeschickt, die er auf seinem YouTube-Kanal vorgestellt hat, mich auch schon verlinkt hat auf seinem Kanal und erwähnt, was ich sehr klasse finde und auch nicht selbstverständlich, das macht er ja freiwillig, dafür möchte ich ihm danken, einfach mal auch dafür die Messer, die ich ihm geliehen habe, dass die im tadellosen Zustand wieder zurückgekommen sind, auch wenn ich mal irgendwelche Messerfragen hatte oder Probleme mit irgendeinem Messer, dass er mir da geholfen hat, wie zum Beispiel mal eine Messerklinge schleifen oder wenn die Klinge nicht ganz mittig war, dass er versucht hat, das irgendwie wieder zu reparieren. Dafür möchte ich ihn einfach danken. Und, ja, mach einfach weiter so, tschüss, dafür bin ich dir sehr dankbar, durch dich läuft jetzt langsam mein Kanal, ähm, ja, besser auch wenn ich jetzt im Moment, wenn ich mich nicht täuscht, 22 Abonnenten hab, werden natürlich irgendwann mal mehr, auch ich weiß, meine Videos sind vielleicht nicht für jeden ansprechend oder die Messer, die ich vorstelle und meine Videos sind vielleicht auch nicht die längsten, ich tue halt, ja, wie man sagen kann, auch fast nur das Nötigste in meinen Videos über die Messersagen, die ich vorstelle, mache ich aber auch nur, weil sonst weiß ich nicht wirklich, was ich sonst noch so sagen könnte über die Sachen, bevor ich dann noch irgendeinen Schmarrn verzähl, was wahrscheinlich sowieso die Hälfte der Leute nicht interessiert, ja, halte ich mich halt dann kurz, aber mach einfach weiter so, du bist ein klasse Typ und ich hoffe, es bleibt so und, ja, tschau, mach einfach weiter so.